und willkommen zurück zu einer neuen folge von minecraft wir sind wieder am stadt jawohl wir sind wieder da mit einer neuen folge von minecraft und wir sind wie gesagt auch wieder da so kurz wo es hier abgeht hier ob die feine hdb6 es gibt eigentlich auch schon die 112 das update ich doch nicht weil ich ja noch viele server laufen habe momentan die auf 11 sind und das müsste ich dann müssen dass es auch wieder auf 12 wieder hoch tun und was machen wir eigentlich jetzt ist jetzt die große frage was haben wir noch mal gemacht wir haben da weggegeben das loch endlich mal gestopft natürlich meine ganze hütte noch machen das ist aber viel zu viel wo das ist echt viel 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 zu viel ich habe auch überlegt vielleicht ein server intern server mäßigen cineplayer zu machen damit ich auch vielleicht ins drauf installieren könnte und dann wäre es vielleicht ein bisschen sogar einfacher hier alles zu managen vielleicht mache ich das würde sich dann nichts ändern hier doch nichts neu gemacht als 21 transferieren und dann haben wir auch sogar plug ins dabei die uns helfen und das sind skelettos schießpulver nehmen wir mit knochen warum auch nicht noch drücken verwenden hier ich hab's gesehen ich hab's nicht gesehen mit dir falsch mit der grundmusik funktioniert das echt mega gut ich bin froh dran drauf drin drauf drin drauf drin ganze scheißproblem ist jetzt nur wie soll ich den hier weitermachen jetzt es ist so einfach wie man denkt ist auch schon wieder so lange her dass ich hier gebaut habe geplant habe gedacht habe aber jetzt weiß ich nicht mehr so richtig was ich machen wollte ja ich hoffe das ist irgendwie relevant hier denn ich will mein haus richtig groß machen genau das alles mit involvieren spricht das gebiet hier das gebiet und dann wird auch tierfarm riesengroß werden ich werde dann auch vielleicht noch eine riesen plantage plantage hört sich jetzt komisch an ich werde auch noch eine riesen gezeile fahren und wird man sich machen was will ich auch noch machen das ist ja noch alles so ein bisschen noch die anfänger was wir noch diesen vorhaben das ist genau das was nicht so geil ist das war immer noch falsch und ja es wird noch lange dauern bis das war alles fertig ist ich will gar nicht ich will gar nicht wissen wie das dach also das dach wird wahrscheinlich keine ahnung wie lange dauern bis das mal fertig ist oh mein gott wahrscheinlich schon wieder weihnachten wir haben glaube ich hier wirklich alles drin wir haben hier wir haben hier wir haben keine hühner hier das ist natürlich blöd wir möchten auch hühner für feiler ich überlege gerade was ich mache ich bin gerade irgendwie ein bisschen ich glaube ich haben jetzt erstmal ein bisschen Holz ich um mein Holz ich bräuchte hier noch eine Tür ganz ehrlich wir haben ja noch 51 Falle das ist schon mal gar nicht so bad wir brauchen so viel verdammtes Holz wir bauen auch ganz eigentlich schon Holz ab pflanzen ist aber die nach das ist natürlich auch zu machen eigentlich bräuchten wir sogar auch noch das Mürkenholz hier ich glaube wir haben sogar noch ein bisschen was in der Spur deswegen sammle ich das einfach mal nicht mit mehr erstmal Eichenholz sammeln mal gucken was dann noch so ich weiß jetzt mal gucken wie viel ich fand den Eichenholz aber am besten ich brauchte es ja das ist ja das schlimmer ich baue und so ich baue und so ich baue und so das ist das blöde ich glaube dafür brauchen war 5 Stacks bestimmt sag ich jetzt mal grob 5 Stacks haut hin das ist schon echt viel Holz ist schon echt viel Holz oh shit so ein Riesenbaum abzufällen ist ja eigentlich auch eine gute Option aber das dauern ja zu lang dann hier es ist ein bisschen weg oben so so jetzt haben wir schon mal ein zweites Deck angefangen das schon mal gut das ist echt ein bisschen problematisch wenn wir hier kein Holz mehr haben das ist natürlich nicht 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 schwein ich bin drauf verbrennung ich bin ja Fleisch halt Steak 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 Kommission die von Schweinen das weiß gar nicht oh das ist ein großer Baum ne die ich muss man können wir nochmal nachgucken ok das ist gebratenes Schweinefleisch ok 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 sollten wir auch langsam irgendwie die uns mal an eine XP-Form oder so ran setzen weil ich ja auch Level brauche dringend ok 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 so zwar das Steg ist voll und jetzt kommt Ritsch ne dritte Steg ist schon mal in jeden Fall nicht schlecht so wie denn hier ein Volpeum kann ich mal so beerd und nochmal Kühe das ist jetzt eine gute Überraschung Heißer Klinger noch mal ein bisschen Leder das kann ich auch schon voll mit dem Bücherregalbau deswegen sollen wir einfach mal noch mal ein bisschen ein kann ich auch die dritte Steg voll habe zieh ich auch mal dann wieder ab um zu gucken ob es irgendwie schon ein bisschen reicht also 36 von auf jeden Fall schon mal in der Menge anfangen das ist so habe ich mich eigentlich so tot geackert für Kühe wenn ihr überall Kühe sind auch hier sind vielleicht sogar nachgehen und das ist jetzt haben wir keine Probleme mit Kuh sprich mit Leder haben sowieso keine Probleme glaube ich aber ja sogar so eine eigene Kuh Farmer haben die flachen wir jetzt 8 habe ich nicht noch Blündern laufen schade Blündern wir natürlich jetzt noch geiler weiß gar nicht doch wir waren glaube ich sogar schon da sind und dann wieder ganz schnell und so ganz schnell wieder verzogen und es wird dunkel deswegen glaube ich mal dass der nach Hauseweg gar nicht mal so schlicht ist naja für XP fahren müsste man aber auch im dunkel mal ein bisschen zudem so ist es natürlich nicht soll ich nicht nicht bei normalen Microsoft, sondern bei Hexit. Das war schon relativ nice. Wird auch natürlich weiterhin kommen. Keine Säure. Musst du halt die Zeit noch mal finden für eine neue Hardcast-Session. Das ist nicht dein Ernst! Was? Was? Da ist eine Stadt? Achso. Ja. Geil. Ach, leck mich doch. Ist das dein Ernst? Da ist meine Hütte. Da ist die Stadt. Ich fühle mich gerade leicht verarscht. Was? Hier war ich aber auch noch gar nicht, ne? Nö. Ach, leck mich doch am Arsch. Es darf doch nicht wahr sein. Guck mal ran hier. Es darf doch nicht wahr sein. Kacken Graf. Nice. Ich brauche Papier. Ups. Wollte ich aber jetzt nicht. Ey, was? Eine Stadt, Alter. Ist das euer Ernst? Machen wir mal kurz vorhanden. Mal kurz Papier. Mal gucken. Vielleicht haben wir ja genug. Was ist das ein Hexen? Ist das ein Hexen? Der ist glaube ich der nächste noch. Ne, das ist ja der Obershit. Naja, genug habe ich nicht. 34. 34, alles klar. Mach mal. Oh, ich bin mal so nett und mach mal hier die Scheiß. Tür zu. Also so. Schließt die Eidler. Das Gute ist, dass die auch nicht dies waren, ne? Zumindest. Meine Hütte ist ja da hinten, oder? Wo war die jetzt? Die war da hinten irgendwo, ne? Da hinten glaube ich irgendwo, oder war die da? Das ist ja nicht. Ey, das ist doch ein schlechter Scherz. Halt dein Maul. Ne, die war da. So. Ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Mit Kohle. Kohle und smarten Fischer. Das ist doch ein Problem. O. Könnt ihr da jetzt mal bitte hoch gehen? O. O. Ja, unglaublich, da sind hier auch noch Kartoffeln und alles, also wir können auf jeden Fall... Kollege? So... Was denn? Hä? Ich hab dir dein Leben gerettet, was hast du? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ich hab dir einen Bogen... Alter, ey, der ist ja gar nicht mehr so besser... wo kommt sie eine hütte ist einfach hier so indirekten verbindungen gibt es natürlich auch das ist ja der ober shit warum habe ich das denn nicht okay ich war glaube ich gar nicht so in der nähe dann ist ja unglaublich präsentiert die die schau jetzt müssen wir uns nur noch fragen wie machen wir dann verbindungen so alter was wir haben ja voll viel ich hätte jetzt nicht gedacht dass wir so viel leder haben upsala